Es gibt gute Neuigkeiten zum Bangra Boogie Emote, wann das Ganze ganz genau in den Item Shop reinkommt. Dazu kommen wir dann gleich. Falls ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Danke für euren Support. Und zwar soll ja der Bangra Boogie Emote bald in den Shop reinkommen. Der neue Shop kommt jetzt hier in 7 Stunden 40 Minuten, aber zum neuen Shop wird er leider nicht reinkommen. Und zwar wird das Ganze ganz genau zum 01.01.2021 im Shop erscheinen bzw. reinkommen. Das Ganze steht jetzt hier. Also hier steht jetzt der 30. Aber da das Ganze wegen den ganzen Zeitzonen ein bisschen anders ist, wird es hier in Deutschland der 01.01.2021 sein, wo wir uns den Bangra Boogie Emote im Item Shop kaufen können. Denn gefühlt jeder, 2. oder 3. stellt auch diese Frage, wann kommt der Emote rein, wann kommt Travis Scott, wann kommen die Fußballskins. Zum Glück waren die Fußballskins gestern drin, aber jetzt denke ich mal, stellen einige von euch wieder die Frage, wann kommen die Fußballskins, Travis Scott, Bangra Boogie Emote. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit so ein bisschen weiterhelfen. Also stellt euch ein, 01.01.2021 kommt der Emote in den Shop. Für die Leute, die das Ganze schon davor besessen haben, die haben ja sowieso was kostenlos oben drauf bekommen. Normalerweise sollte das eine Musik gewesen sein und ein Spray. Genau, das sollten die zwei Dinge sein, die ihr bekommen habt, falls ihr das Ganze besitzt. Der Preis sollte sich bei 500 V-Bucks, ich glaube, der sollte bei 500 V-Bucks bleiben. Ich denke nicht, dass der auf 800 hoch geht, wäre ein bisschen unnötig. Aber 5 Euro für einen Bangra Boogie Emote, kann man definitiv machen. Vergesst nicht, irgendjemanden im Shop einzutragen, falls ihr mich unterstützen wollt. Danke für den Support. Ich bin um 20.30 Uhr auch live auf meinem Zweitkanal, könnt ihr auch gerne abchecken. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Infovideo.